hallo liebe freundinnen und freunde der brettspiele und der sammelleidenschaft ich bin andré von auf den tisch und ich begrüße euch ganz herzlich zum unboxing von innistrat blutroter bunt oder crimson wow wie es auf englisch heißt mit einem unboxing zum free release kit hier auf deutsch ausnahmsweise mal ich war letzte woche in berlin unterwegs und in einer pause meines termins bin ich mal rüber zum local game store und habe mir ein free release kit geschnappt und das packe ich jetzt hier für euch und mit euch aus aber bevor es losgeht lege ich natürlich wie immer bei meinen magic the gathering unboxings hier erstmal noch eine schöne matte aus damit eure augen geschont werden beim zuschauen und ja wir haben hier ein ganz typisches pre-release pack mit einem code für arena den ich wieder über ein giveaway weg geben werde schaut da gerne mal auf meine anderen social media kanäle das mache ich hier nicht direkt bei youtube und wir werden da sechs booster drin haben wir werden eine promokarte drin haben da bin ich sehr gespannt drauf welche das sein wird ich brauche mir gerade ein schwarz weiß rotes vampir deck und da ist innistrat crimson wow auf jeden fall eine richtig richtig gute grundlage für und ich würde sagen fangen wir doch einfach mal an ich werde hier mal ganz und zeremoniell das ding hier aufreißen also schärft eure fangzähne und eure krallen zieht euch was gutes an für die hochzeit das mal hier hinten in die ecke und ja wir haben wie immer natürlich hier so eine kleine box einen spin down life counter mit dem set symbol genau hier seht ihr es passend hier in schwarz zu den vampiren die wir haben dann haben wir hier unsere booster ich muss mal ganz kurz schauen ja genau wir haben hier unsere sechs draft booster einen divider hier ist der arena code drauf auf der rückseite wie gesagt den gebe ich dann noch weg wie immer beim pre-release pack normalerweise trifft man sich ja macht daraus ein kleines deck und spielt dann gegeneinander aber das geht aktuell wieder in den läden zum glück insofern wenn ihr da dabei war hoffe ich dass sie dafür spaß hat und hier gibt es eine schöne hochzeit und einladung mit dabei denn um die geht es ja in der story hier bei in der stadt crimson wow und hier ist die packung mit der promokarte drin und ich würde sagen mit der fangen wir auch einfach mal an machen wir mal direkt auf und wir haben hier als promokarte dämonischer handel für zwei beliebige ein schwarzes man eine hexerei eine rare schicke die obersten 13 karten deiner bibliothek ins exil und durchsuche dann deine bibliothek nach einer karte im die karte auf deine hand und müsse danach das pack ich vielleicht in eins meiner decks rein wo ich eh viel mit milling arbeite wo es also auch nicht so schlimm ist wenn ein paar karten auf dem friedhof dann so ach nee die gehen ja hier ins exil insofern ja ja da hätte ich mich über eine andere promo mehr gefreut glaube ich aber die haben wir ja schon mal erledigt ansonsten hier noch promos drin einmal den hier token mit tag und nacht und wann die jeweils aktiv werden und dann noch drei ersatz karten für wenn man hier halt karten hat die transformiert werden können da kann man dann hier quasi die beiden karten namen darauf schreiben also die vorder- und rückseite und das dann halt anstatt der karte ins deck nehmen wenn man halt ohne und durchsichtige hüllen spielen will warum auch immer man das außerhalb vielleicht von einem privilege tun sollte na gut so ja okay also die promo jetzt nicht ganz nach meinem geschmack hoffen wir dass wir hier in den boostern etwas erfolgreicher sein werden so den karton kann ich auch noch mal zur seite legen und hier erstmal die klassischen draft booster hier direkt mal im kommen mit einer der speziellen vampire rahmen die wir haben mit der streitlustigen besuchen finde ich gar keine schlechte karte weil ja trample hat man bei wenigen vampiren zumindest so durch die comments gehe ich auf jeden fall nun mal schnell durch ihr werdet ihr wahrscheinlich euch schon ein bisschen zu den karten die hier im set mit drin sind informiert haben da gibt es die infos ja jetzt schon einige zeit und bei den comments kommen wir an da haben wir den parasitären griff der fügt einer menschen kreatur deiner wahl drei schadenspunkte zu und du hältst drei lebenspunkte aber man kann es auch für die abspalten kosten spielen das ist eine der neuen keywords die hier in crimson warum mit dabei sind da kann man auch etwas für die abspalten kosten zahlen und ignoriert dann quasi die sachen die in den eckigen klammern drin sind also hier würde man mensch ignorieren man könnte also für ein beliebiges und zwei schwarzes statt ein beliebiges und ein schwarzes mannach könnte man halt einer beliebigen kreatur drei schaden zufügen und selber drei lebenspunkte bekommen es werde nach drei beliebiger ein rotes an hexerei es wird nacht ja okay also man kann eben die tag und nacht nicht nur durch die standvoraussetzung hervorrufen sondern auch durch manche karten direkt und wirf eine beliebige anzahl karten ab und sie dann entsprechend viele plus eine so ja karten abwerfen karten dann wieder neu ziehen dass es in rot hier öfters mal dabei und dann haben wir noch den rastlosen blutsucher für ein beliebiges ein schwarzes manner ein vampire 13 zu beginn eines in segments und falls du in diesem zug lebenspunkte erhalten hast erzeuge einen blutspiel stein und opfere zwei blutspiel steine transformiere den rastlosen besucher aktivieren diese fähigkeit wie eine hexerei ja viele dinge auch in dem commander deck was es für crimson war geben wird ja viel mit den blutspiel stein gearbeitet schauen wir mal auf die andere seite aber schon gesehen welche rare das ist der blutgetränkte hedonist immer noch ein vampire 3 3 auch hier bekommt man immer noch einen blutspiel stein wenn man lebenspunkte erhalten hat und also innerhalb des zuges und für vier beliebige ein schwarzes jeder gegner verliert zwei lebenspunkte und erhält zwei lebenspunkte dazu ja vielleicht eine nette sache in commander wo man ja vielleicht wenn das spiel länger gehen sollte vielleicht auch mal ein bisschen man da übrig hat ja auf jeden fall keine schlechte karte setze ich mir mal auf die liste für mein vampire deck aber als rare haben wir die sturmgepeitschte küste die kommt getappt ins spiel es sei denn man kontrolliert zwei oder mehr andere länder und erzeugt dann entweder ein blaues oder ein rotes mana sehr sehr schön werde ich auf jeden fall in mein piratendeck mit reinpacken weil da ist blau rot und schwarz dabei und dieser zyklus an doppelländern die halt ungetappt ins spiel kommen wenn man mindestens zwei länder kontrolliert bereits der ist tatsächlich mit den beiden instart sets abgeschlossen das finde ich eine sehr sehr schöne sache kommt immer gut in commander decks dann in jedem booster ist eine ewige nacht landkarte drin gebirge habe ich hier in diesem falle und dann haben wir noch als foil den smoking des bräutigams für einen beliebig ist ein schwarzes mana eine ausrüstung die ausgerüstete kreatur hält plus zwei plus null sie hält außerdem plus null plus zwei und hat todesberührung solange eine ausrüstung namens brautkleidern eine kreatur die du kontrollierst angelegt ist ausrüsten zwei und ja das ist quasi hier das gewand von edgar für die hochzeit und ja seine braut bekommt auch ein entsprechendes kleidungsstück und wenn beide quasi im spiel sind bei einem dann kriegen die noch einen kleinen extra bonus ich würde aber trotzdem sagen dass die vielleicht ein bisschen zu teuer sind für zwei zum ausschweren zwei zum ausrüsten aber nicht verkehrt und ja in vollen natürlich auch nicht schlecht diese brosche die da an der an dem smoking mit dran ist leuchtet auf jeden fall richtig schön gutes vorliegen hier mal wieder einen tarcounter haben wir auch noch mal dabei so was wir halt immer noch mal so am ende eines boosters findet so schnell wieder durch die commons durch das artwork wieder ganz hervorragend und bringt natürlich auf jeden fall diesen horror style von innestrad super rüber als hundemensch freue ich mich natürlich auch über schöne wolfs illustrationen bei den an commons haben wir hier den magma prügler ich hier auch mal etwas schneller durch ins gab taucher und ein wirres gehirn und ja von wirren gehirn kommen wir zum verbergen zum verbergenden zu den verbergenden vorhängen so für ein schwarzes mann eine kreatur mauer verteidiger natürlich als fähigkeit zwei beliebiger ein schwarzes transformiere die verbergende für die verbergende vorhänge aktiviere diese fähigkeit wie eine hexerei so ist es halt eine 04 mauer und auf der anderen seite ist es das aufdeckende auge ein auge und schrecken also ein horror hat die fähigkeit bedrohlich bzw menace 34 wenn diese kreatur in das aufdeckende auge transformiert zeigt ein gegner deiner wahl die karten auf seiner hand offen vor du kannst davon eine nicht land karte bestimmen falls du dies tust wirft jeder jener spieler die bestimmte karte ab und zieht dann eine karte ja ok kann man sicherlich auch mal unschöne dinge mit tun aber hätte ich jetzt persönlich erst mal kein einsatzfeld für am ende haben wir dann natürlich noch ein land diesmal haben wir einen wald in schwarz und weiß mit dem grünen rand halt also man erkennt dies finde ich trotzdem ganz gut dann haben wir noch eine voll gewaltig gemacht eine common karte hier das voiling sehr sehr gelungen wie ich finde für ein grünes eine kreatur deiner wahl erhält plus zwei plus zwei und verursacht handbeschaden bis zum ende des zuges klassisch grün kann man sagen dann haben wir hier noch ein wolf token und hier auch wieder für die transformierbaren karten ein proxy dabei kommen wir zum dritten booster und die kamera fokussiert gnädigerweise auch durch die kann man erstmal schnell wieder durch rumsteifende mörderin hier als ankamen stachel bewährte kettensäge hier auch etwas ausgefallenere ausrüstung war dabei und der aufgeschreckte zeuge und als rare die energiegeladene ausgeburt ein zombie natürlich dürfen zombies auf industrat nicht fehlen für zwei beliebige zwei blaue manne ein zombie schrecken hat aufblitzen fliegend und ausschlachten wenn diese kreatur ins spiel kommt kannst du eine kreatur opfern wenn die energiegeladene ausgeburt eine kreatur ausschlachtet neutralisieren zauberspruch eine aktivierte fähigkeit oder eine ausgelöste fähigkeit deiner wahl kann man also mit dem aufblitzen auch einfach noch mal schnell was counteren oder halt ja so eine fähigkeit verhindern dann haben wir noch eine ebene ganz in schwarz und weiß ein bisschen werbung und noch einen weiteren counter so jetzt hoffen wir doch mal dass wir noch ein paar schöne highlights ziehen und ein paar schöne highlights gibt es in diesem set auf jeden fall es geht natürlich viel um vampire aber auch werfel sind dabei zombies sind dabei und hier passt perfekt da haben wir auch das brautkleid passend zum smoking mit dabei hier auch diesmal ist das ein weißes artefakt für ein beliebiges ein weißes manne eine ausrüstung natürlich wieder die ausgerüstete kreatur erhält plus zwei plus null und sie erhält zusätzlich plus null plus zwei und hat erst schlag solange eine ausrüstung namens smoking ist bräutigams an eine kreatur die du kontrolliert kontrolliert angelegt ist auch hier kostet das ausrüsten zwei finde ich eine sehr sehr schöne idee diese beiden karten hier zu haben aber ich glaube benutzen werde ich sie wahrscheinlich nicht unbedingt so dann haben wir noch die blut hypnotiseurin die kann nicht blocken aber immer wenn du ein oder mehrere blut spielsteine opfer ist kann eine kreatur deiner wahl in diesem zug nicht blocken diese fähigkeit wird nur einmal pro zug ausgelöst kann man also dafür sorgen dass mal eine unschöne kreatur beim gegner beim blocken nicht mitspielt für zwei beliebige ein rotes und drei drei bringt sie aber sonst nicht nur kann er selber nicht blocken ja muss man mal schauen dann haben wir noch den morgenlichtgeist und als rare und das finde ich auch eine sehr sehr coole karte da baue ich vielleicht auch mal irgendwo die mit in ein deck ein die heuler rudel flötenspielerin der deutsche name ist irgendwie ein bisschen ja kannte ich sage ich mal für drei beliebige ein grünes mana ein mensch werwolf kreatur in rare dieser zauber spruch kann nicht neutralisiert werden das ist natürlich schon mal gut vor allem wenn man gegen blaue deck spielt ein beliebiges ein grünes mana und sie tappen du kannst eine kreaturen karte aus deiner hand ins spiel bringen falls es ein wolf oder werwolf ist in tappen die heuler rudel flötenspielerin also die deutschen haben es wirklich schwierig aktiviere diese fähigkeit wie eine hexerei also man kann für zwei mana halt einfach eine kreaturen karte ins spiel bringen was ziemlich krass sein kann und falls es ein wolf oder werwolf ist kann man das vielleicht sogar gleich noch mal machen das hier ist die tagaktive seite 2 2 ist sie hier und bei nacht wird sie zur wildnis heulerin freut sich natürlich das rudel hier auch und hat immer noch er hat hier jetzt die fähigkeit immer wenn diese kreaturen spiel kommt oder in die wildnis heulerin transformiert schau dir die obersten sechs karten deiner bibliothek an du kannst davon eine kreaturen karte offen vorzeigen und auf deine hand nehmen lege den rest in zufällige reihenfolge unter deiner bibliothek und würde sie jetzt wieder auf die nachtseite wechseln könnte man danach dann auch gleich noch ihre fähigkeit vielleicht einsetzen also das finde ich wirklich keine schlechte karte und ich glaube ein werwolf tribal commander deck das bietet sich nach diesen beiden industrat sets auf jeden fall mal an vielleicht mache ich sowas auch mal gut dann haben wir noch einen sumpf auch sehr stimmig ein menschen token ja der hier als kellner und wahrscheinlich im zweifelsfall auch als getränk selbst gereicht wird ich finde das thema finde ich sehr sehr schick ich fände es ja cool wenn es irgendwie so eine magic the gathering animations serie gebe zum beispiel in der dann die geschichten aus den sets erzählt werden das finde ich echt cool also was man so als sorry schnipsel mitkriegt ist manchmal schon echt sehr sehr interessant so dann haben wir hier als ankammern haben wir zurückholen entdecker drang und schlummern daheim als rare der schreckensmahl dämon eine rare in schwarz fünf beliebige zwei schwarze mannen ein dämon fliegend zu beginn deines endsegments opferst du eine nicht dämon kreatur falls du dies tust erzeuge einen spielstein der eine kopie des schreckensmahl dämon ist also da kann man auch ein paar kleinere sachen mal schnell in ein paar dicke fliegende dämonen verwandeln ein gebirge haben wir hier noch dabei eine sektenspielstein und ein ja proxy für die night und daybound karten letztes pack drückt mir noch mal die daumen hoffentlich kommt noch was schönes bei raus noch so ein paar karten auf meiner wunschliste für das vampir deck erstmal die untoten butler natürlich dürfen die nicht fehlen ein todes stachelskorpion unschön und ein biolumes ei in ankammern und als rare haben wir noch eruth gepeinigte prophetin für ein beliebiges ein blaues ein rotes mana ein mensch zauberer falls du eine karte ziehen würdest schicke stattdessen die obersten zwei karten deiner bibliothek ins exil du kannst sie in diesem spielzug spielen für 24 ja so eine klassische spell slinger nummer für rot und blau ja da auch gerne genommen ja habe ich jetzt auch noch nichts zu werde ich wahrscheinlich auch erstmal nicht einsetzen ja und das war es dann jetzt auch schon fast ein wald haben wir noch dabei oh sehr schön und das ist doch noch mal das ist doch noch mal schön die giftpilz lichtung als foil ja so ein extra foil rare da freut man sich doch drüber das ist ja die grün schwarze variante der länder die getappt ins spiel kommen solange man nicht mindestens zwei andere länder kontrolliert das freut mich sehr weil die hätte ich auf jeden fall für mein elfendeck haben wollen die kann ich jetzt schon mal von der liste nehmen das ist ja schön das ist noch mal eine schöne überraschung zum schluss werfen wir noch mal kurz einen blick auf die rares die giftpilz lichtung hatten wir hier eruth gepeinigte prophetin der schreckensmahl dämon heuler rudel flötenspielerin meine güte ein wirklich langer name auf deutsch energiegeladene ausgebot verbergende vorhänge die sturmgepeitschte küste also gleich zwei von den ländern hier mit drin aber das finde ich eine schöne sache die sind jetzt nicht mega teuer sind aber auch nicht ganz billig insofern kann man sich nicht beschweren und die der dämonische handel hier als romokraten natürlich auch wie immer in folge ist hat wirklich ziemlich cool muss ich gestehen aber ja insgesamt viel vielleicht ganz klein bisschen die ganz großen highlights müssen weil es hier tatsächlich mal gar nicht dabei das passiert mir normalerweise nicht ich bin normalerweise ziemlich vom glück gesegnet aber ja die beiden doppel länder quasi doppel länder die finde ich auf jeden fall eine schöne sache da freue ich mich sehr drüber und ich hoffe ihr hattet ein bisschen spaß an diesem video habt ein bisschen mit gefiebert und ich werde dann wenn das eigentliche release ist auf jeden fall noch ein bundle aufmachen und ich werde auch mal in das pre-built vampire deck der commander decks von crimson war schauen und wenn euch das video gefallen hat lasst ihm gerne mal einen daumen hoch da lasst mir gerne auch ein abo da wenn ihr ab und zu mal solche videos bei mir schauen wollt und wenn ihr euch vor allem auch für brettspiele interessiert das mache ich so hauptsächlich auf meinem kanal und bis zum nächsten video folgt mir auch gerne nochmal bei facebook twitter oder instagram und bis dahin sage ich dann bis bald und ciao